jetzt brauche ich definitiv das storm genau deswegen weil da noch ein zweiter ist und der macht und er kann fliegen deswegen gehe ich jetzt da auch stark auf fernkampf das jetzt nur einmal geflogen komisch general redan ist Ich habe es immer noch nicht gewöhnt. Eben von der inside, durch die Schmerzen der Schmerzen, seine Wurzeln sind lange weg. Jetzt hat er die Schmerzen von früheren Freunden und Fohlen, wie ein Pferd. Und ich hatte sogar noch die Rune drin. Schön, dass du auch mal Rolle tust. Danke. Interessant, dass der jetzt hauptsächlich auf Fernangriffe geht. Und mich fokust ohne Ende. Das war's für heute. Das war's für heute. Jawoll! Radan besiegt. War am Ende dann doch keine allzu große Geschichte. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, da kann ich definitiv noch mit der Dröte machen. Aber in der Hauptstadt gehe ich auf Dröte Nummer 2. 150.000. So viel, nicht? Da wir erstmal auf Abstand gehen. Ähm, doch, das macht viel. Weißt du auch mal aus. Danke. Ach komm, ich mach's jetzt mit der Dröte schnell fertig. Schnell ist gut. Schnell ist gut, schnell ist relativ. Bist du auch mal fertig? Aua. Halt die Klappe. Schnell ist gut. Schnell ist gut. Äh, ja. Der ist schon gut angeschlagen. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017